Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ideas TV. Die US-Zinswende belastet nicht nur Aktien, auch Gold notiert deutlich leichter. Wie viel Korrekturpotenzial hat das glänzende Edelmetall noch und wie sieht die Lage eigentlich bei den Industriemetallen aus, die auch deutliche Kurzverluste verzeichnen. Das besprechen wir heute mit Daniel Briesemann, er ist Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Hallo Herr Briesemann. Hallo Herr Kessenhut. Starten wir zunächst mit den Industriemetallen, hier Kupfer und Aluminium. Zunächst eigentlich mal die Frage, dass während der letzten Monate der Pandemie, auch gerade bei den Lieferengpässen, der Preis so stark überhaupt steigen konnte. Wie kam das zustande? Es beginnt eigentlich schon ein ganzes Stück vorher als hier dargestellt. Im Prinzip seit dem Corona-Tief von vor über zwei Jahren steigen die Metallpreise oder sind die Metallpreise deutlich gestiegen. Es ist nicht nur hier dargestellt Kupfer und Aluminium, sondern auch der gesamte Industriemetallsektor, sprich die anderen Preise. Das liegt in erster Linie daran, dass die Nachfrage sich von dem Corona-Tief deutlich und stark erholt hat. Das hat Auftrieb gegeben, dazu gleich das Angebot wesentlich verzögerter reagiert hat. Seit kurzem sehen wir aber einen deutlichen Einbruch hier beim Trend. Was ist hier los? Ja, aus den Nachfragehoffnungen sind mittlerweile Nachfragesorgen geworden. Man könnte auch sagen Konjunktursorgen. Die Marktteilnehmer sorgen sich über einen Konjunkturabschwung und das spiegelt sich hier in den Metallpreisen wieder. Kommt zum einen vom Ukraine-Krieg her, sprich wie negativ wirkt sich der Ukraine-Krieg auf die Wirtschaft hier in Europa, aber auch global aus. Und zum anderen die ganzen Lockdown-Maßnahmen in China, die hier eine Rolle spielen. Und da muss man wissen, China steht für mindestens die Hälfte der globalen Metallnachfrage, hat also entsprechend große Auswirkungen auf den Markt und die Preise. Dann blicken wir auf Kupfer. Kupfer ist ein sehr wichtiges Industriemetall, findet eigentlich nahezu überall Verwendung bei der Herstellung von Haushaltsgeräten, Elektromobilität, aber auch den erneuerbaren Energien. Wie sieht die Lage hier ganz konkret aus? Ja, hier sieht man eigentlich, dass der Preisanstieg zuvor gar nicht mal so sehr gerechtfertigt war, denn der Kupfermarkt soll nach jahrelangen Defiziten jetzt in diesem und im nächsten Jahr in einen Angebotsüberschuss drehen. Der kommt daher zustande, dass jetzt endlich, man muss mal sagen, deutlich mehr Angebot an den Markt kommt. Seit vielen Jahren kommen erstmals wieder nennenswerte neue Minenprojekte an den Markt, die ins Leben gerufen werden, wieder in Produktion gehen. Das trägt dazu bei, dass sich der Kupfermarkt in der nächsten Zeit deutlich entspannen sollte. Wir würden uns darauf jetzt aber nicht ausruhen, denn wir gehen davon aus, dass der Markt in einigen Jahren in ein strukturelles Defizit wieder zurückdreht. Denn Kupfer, wie Sie gerade sagten, wird sehr stark in der Dekarbonisierung gefragt sein. Das generiert eine sehr starke Nachfrage und da wir das Angebot nicht mithalten können, also perspektivisch erwarten wir deutlich höhere Kupferpreise. Dann blicken wir auf Gold. Gold konnte sich langer Zeit dem Trend eigentlich widersetzen, der steigenden Zinsen, gerade in den USA. Seit einiger Zeit scheint dieser Trend aber zu bröckeln. Wie kommt das zustande? Ja, auch nach dem sehr starken ersten Quartal, Gold plus 6 Prozent, deutlich besser entwickelt als zum Beispiel Aktienmärkte, die stark verloren haben, wird der Gegenwind von den steigenden Renditen jetzt offenbar doch zu groß und Gold muss diesem Gegenwind jetzt Tribut zollen. Neben den steigenden Anleiherenditen lastet auch ein fester Dollar auf dem Goldpreis, der jetzt ebenfalls dazu geführt hat, dass Gold einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben hat. Und ebenfalls erwähnenswert oder zu erwähnen ist noch, dass auch Gold im Moment ein bisschen den Rückhalt der Finanzanleger verliert. Kann man das irgendwie konkretisieren? Ja, kann man, sieht man hier auf der Seite. Nach den starken Zuflüssen in die Gold-ETFs in den letzten Monaten sehen wir hier jetzt am aktuellen Rand, dass sich einige Finanzanleger zurückziehen, sprich ansehnliche Gewinne durchaus mitnehmen und damit ja wie gesagt Gold die Unterstützung entziehen. Und das hat letzten Endes mit zur aktuellen Korrektur auch beigetragen. Jetzt haben wir auf der einen Seite steigende Zinsen, aber auch noch eine sehr hohe Inflation. Wie ist Ihre Gesamteinschätzung für Gold auf die mittel- und langfristige Sicht? Also wir würden die Korrektur und jetzt auch hier den Rückgang der ETF-Bestände jetzt nicht überinterpretieren. Wir sehen das noch relativ gelassen. Unserer Meinung nach zeichnet sich Gold weiterhin durch seine zwei Haupteigenschaften aus, sprich Gold sollte als wertstabile Anlage vor dem Hintergrund der noch sehr hohen Inflationen gefragt sein. Und Gold zeichnet sich durch seine Eigenschaft als sicherer Hafen vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken aus. Daher sehen wir jetzt nach der Korrektur auch wieder einen Preisanstieg, der Gold auch wieder nach oben führen sollte. Vielen Dank Herr Briesemann für Ihre Einschätzung. Ihnen liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.